Servus miteinander aus der schönen Oberpfalz. Ja, es ist wieder ruhig geworden auf meinem Kanal. Mal ein kleines Update. Mein Knie ist soweit wieder okay. Ich bin zwar nicht schmerzfrei, aber zumindest brauche ich keine OP. Die nächsten zwei, drei Monate wird es auch ruhig bleiben auf meinem Kanal. Ich ziehe nämlich um. Ich bin gerade am Renovieren von einer alten Hofstalle. Und es ist ein bisschen anstrengend neben der Arbeit. Die einzige Auszeit, die ich nehme, ist, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe. Und wenn ich schlafen gehe. Aber ich freue mich schon. Ich kann mir da einen Traum verwirklichen. Und ja, weil es halt so ist mit so alten Hofstallen, tauchten dann Bausteinen auf, die man vorher gar nicht gesehen hat. Aber es macht unheimlich viel Spaß. Und ja, ich freue mich so. Die Rehe kommen bis ans Haus und die Hasen. Und es ist wirklich ein Traum. Ja, ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht, dass ihr mich nicht vergesst. Ja, was gibt es sonst noch? Eigentlich nichts. Jetzt kommt der Herbst. Meine Lieblingsjahreszeit. Die ich halt mit Arbeiten verbringen will. Mal gucken, vielleicht passiert ja ein Wunder. Und ich bin schneller fertig, wie ich meine. Aber ja, wie gesagt, das macht unheimlich viel Spaß. Ich hoffe mal, dass mein Buddy mitmacht. Und ich habe jetzt natürlich dann den Vorteil, ich kann mir eine Werkstatt einrichten. und kann auch im Winter mit Holz arbeiten, was mich sehr freut. Ich bin also da nicht mehr so eingeschränkt. Ich werde natürlich, wenn ich soweit bin, euch mal einen kleinen Einblick geben. Wie ich dann wohne. Und ja, behaltet mich im Hinterkopf, vergesst mich nicht. Ich bin noch da, ich bin bloß am Ackern. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Und führts euch bis zum nächsten Mal. Tschüss.